was geht fahrt wieder am start willkommen zum neuesten unboxing video rieber freunde heute was ganz besonderes und zwar habe ich paar puma schuhe am start aber nicht irgendeine sondern die cell alien koto hoffe ich habe ich das richtig ausgesprochen die habe ich für mein kosen gekauft schöne grüße bieland hoffentlich freust du dich mit dem paket und die wunderschönen schuhe da drinnen auf jeden fall nicht gesponsert falls einer fragen sollte oder denken sollte wow puma gönnt leider gottes nicht falls puma oder mitarbeiter davon sehen sollte hier marketing abteilung können fahrt ein bisschen pakete paar boxen oder paar halt schuhe egal was ich mache unboxing auf euren nacken ok liebe grüße ansonsten reingeschissen so auf jeden fall ja so sieht die verpackung aus der schuhkarton so und hier stehen die pracht exemplar der name hoffe sieht man das hier cell alien koto hoffentlich habe ich richtig ausgesprochen größe 45 ist das und ja die zeige ich euch mal jetzt auf jeden fall mein kursing wird sich bestimmt freuen das sind wirklich stabile schuhe und freunde ihr könnt selber eure meinung mal bitte in den kommentaren hinterlassen also ihr seht selber schwarz ja aber richtig schwarz aber mit dem touch von lila passen sogar ich könnte die schuhe selber behalten passend zu meiner jacke plus schwarze käppi also dieser touch ich finde den richtig sexy guck mal hier steht sogar hinten cell drauf und ja das edle an diesem schuh ist diesen erstmal stabil robust hier ist auch schön stabil also wenn irgendwo kleine so stachel drankommen würde würde nicht direkt platzen ja das ist schon harte luftraum also da drückt man auch hart drauf passiert nichts wirklich vom feinsten und weil ich geil finde das ist wirklich komplett schwarz ist und nur klein bisschen lila also das hat schon eine kleine so wie soll ich sagen wenn man es gegen licht hält vor sieben anders reflektiert das nur bisschen und das feiere ich sehr ja freunde ihr könnt eure meinung meine kommentare schreiben was sagst du zum heftigen schuh habe ich gute geschmack hat mein cousin gute geschmack wird das passen schreibt gerne deine meinung in kommentare der eine oder andere hat gesagt fahrt die mama unboxing von schulen weil ich habe lange nicht mehr gemacht sonst einmal habe ich unboxing mit herz gemacht was ich noch geil finde die schnürsenkel oder diesen diesen weißen touch siehst du das ja elegant hier glaube ich ist das hier für reflektor mäßig wenn du so die licht gegen scheint dann kann das leuchten oder so oder reflektiert hat hinten ist das ebenfalls hier an der seite hinten ja von innen ist es schwarz außer dass hier das lila sieht man was ja da steht halt puma und so ansonsten was ich dir noch zeigen möchte ist ja keine ahnung ob du siehst ich finde diese kombination zwischen netz und diesem matten also tag so leder touch hat das natürlich nicht richtige leder glaube ich aber trotzdem diese kombination zwischen den beiden worte sieht man das ist richtig heftig also wenn man die beide nebeneinander so hält stell dir das vor ich will die jetzt nicht anziehen sind ja nicht von mir so für kosen guck mal sieht schon geil aus also baba treter auf jeden fall von unten zeige ich schon mal die sohle sieht so aus und das hat was das hat wirklich was ne schreibt mal eure meinung in die kommentare wie findet ihr oder seid ihr nur die wie soll ich sagen die nur die hype was die rapper tragen sagen wir mal nur adidas oder nur nike oder team puma schreibe mal bitte deine meinung in die kommentare ich muss sagen puma hat wirklich abgeliefert die letzte zeit die schuhe davon gibt es noch andere varianten finde ich auch richtig sexy ich finde das wirklich nice puma liefert ab das gefällt mir sehr die haben ihr standbein schön im griff und ja die sind gut dabei auf jeden fall das ist meine meinung schreibt dazu auch deine meinung wie du die schuhe findest ich finde das wirklich geil wenn die noch neu sind weiß wie geil das ist es wie super an so da bist du aber auch schön aufpassen und nicht immer lumpen lassen von dem hier von den verkäufern kauft dieses spray regenschutzfaktor einbum sich damit keine hier regen abhört ne du weißt ja nie oder diese andere sprühe lack damit das schön noch frisch bleibt immer diese eine verarschung für qvc werbung vor arme ich falle euch nicht mehr in diesen geldbeutel rein damit ihr immer viel geld von mir schnibuliert naja auf jeden fall dazu kann sich auch mal äußern fällst du immer in den diesen trick rein und kaufst immer dieses spray oder sagst du heute nicht bruder naja auf jeden fall was ich noch zu dem schuh sagen kann die sind wirklich auch dick also wie soll ich sagen warte mal also die schuhe hinten gehen bis hier ne da ist erster boden und gehen hier so runter also diesen so bisschen minimal so nicht wie frauenschuh oder sowas du denkst nein aber die sind so minimal aber das merkt man gar nicht so beim gehen aber das ist gut wenn das bisschen so ist weil das wichtig ist beim laufen wenn du mit den zehenspitzen zuerst auf dem boden berührst weil sonst wenn du es mit den fersen zuerst den boden berührst das ist gut für die gelenke weißt du und für deine steißbeine und so weiter check ab da habe ich mich auch ein bisschen manipulieren lassen in dem sein ist das bisschen war aber ich habe wirklich filme geschaut dokus alles du musst mal gucken check das auf jeden fall ab warum geht man nicht mit den fersen zuerst sondern mit den zehn spitzen warum ist das wichtig check dazu die dokus ab ansonsten ja ich habe deine meinung zu den schuh ich will das jetzt nicht in den zieht babaschuh sieht edel aus meiner meinung nach und ja ob es gefällt ist geschmackssache aber schon mal deine meinung dazu vielen dank fürs einschalten abonniert diesen kanal falls du noch mehr schuhe sehen möchtest schreibt in die kommentare wir sehen uns demnächst euer vati macht's gut dein alien koto oder deine cell alien koto arriba